Ja, also seitens der Fraktion auch noch mal einen wunderschönen guten Morgen von mir. Heute jetzt mit Pseudotechnik, also das Mikro ist hier Silhouette für den Stream. Wenn man sich das Programm des heutigen Tages mal so ansieht, dann kann man einfach, und das mit den Zahlen der Anmeldung zusammenbringen, kann man einfach nur den Schluss ziehen, die Piraten machen jetzt mal das mit dem Digitalen. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Es gibt andere, die reden davon. Wir machen. Und wir sind mit den, ich sag mal, 500 Leuten, die in politischen Bezügen beschäftigt sind, schon eine ziemliche Menge an Kraft, die das wuppen kann und die vor allen Dingen das Digitale dorthin bringt, wo die Bürgerinnen und Bürger leben, nämlich in den Kommunen. Das ist neu. Vielleicht erinnert ihr euch, im Januar hat unsere werte Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft eine eigene digitale Agenda für das Land Nordrhein-Westfalen zum Besten gegeben. Wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt und reinguckt, was da drin steht. Ich meine, es fängt schon beim Slogan an. Megabits, megahertz, mega stark. Das steht auch in einer gewissen Geschichte, weil Kretschmann in Baden-Württemberg hat im letzten Herbst Heimat, Highspeed, Hightech daraus gemacht. Und davor gab es im Sommer natürlich die digitale Agenda der Bundesregierung von unseren drei Hütchenspielern aus den Internetministerien, Gabriel Dobrindt und de Maizière. Nichts außer Ankündigungssprech, nichts außer einer Sprache, die, ich sag mal, für die sich, glaube ich, mancher Zahnpasta-Hersteller schämen würde, wenn er damit im Fernsehen Werbung machen würde. Nur Ankündigungen, nur Wollen, nur Glauben an den Markt, dass der das selbst irgendwie reguliert. Und wenn man dann mal zurückschaut, was wir Piraten in der letzten Zeit gemacht haben, ich darf noch mal darauf hinweisen, weil das ist online. Wir beschäftigen uns auch mit Industrie 4.0 und mit Arbeit 4.0, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und wir stellen tatsächlich die grundlegenden Fragen, wie sich Gesellschaft verändern wird in Zukunft. Und das ist so die Meta-Ebene. So ein Fraktionsvorsitzender muss immer so ein bisschen, ich sag mal, auch nah am Bundesverband sein mit dem, was er so sagt und tut. Aber auf der anderen Seite hier, ihr seid diejenigen, die das umbrechen ins Kommunale und die das Digitale tatsächlich dorthin tragen, wo es die Leute und ihre Lebenswirklichkeiten trifft. Das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, der uns als Partei und als Fraktionen, Mandatsträger der Piraten in Nordrhein-Westfalen deutlich absetzt von dem, was von allen anderen vier Fraktionen, die im Landtag vertreten sind, so kommt. Also das ist etwas, da möchte ich euch bitten, da könnt ihr euch mal selber für beklatschen. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich nennen muss, was mir in der letzten Zeit so zugetragen wurde, aus den kommunalen Bereichen war, dass die Piraten dort die fleißigen Bienchen sind, das sagen sogar andere. Und dass ihr auch neben dem Digitalen einfach guckt, wo ist in der Kommune ein Problem und wie kann man das lösen. Also Piraten als Anpacker und Problemlöser. Ich denke, das ist eine großartige Nummer und zusammen sollten wir 2017 richtig was wuppen können. Und jetzt möchte ich an den Thorsten übergeben. Der Thorsten wird euch, ich weiß ja, er ist erklärter BVB-Fan, nochmal den Doppelpass erklären, glaube ich. Bitte Thorsten. Dankeschön. Applaus Applaus WDR mediagroup WDR mediagroup